Kommt, wir bringen euch zu eurem Heiler. Meine Krankheit ist keine, wie ihr sie kennt. Etwas wohnt in mir. Wer weiß, vielleicht ist der Tod der beste Ausweg für mich. Es wird euch nichts geschehen. Wir werden euch sicher zu eurem Heiler bringen. Er soll entscheiden, was zu tun ist. Hulus Dorf liegt östlich von hier, jenseits der Krallenschlucht. Das ist ein gutes Stück Weg. Und die Kitarre sind auf Raubzug. Aber geht nur voran. Ich werde euch folgen. Ja. Damit haben wir noch jemanden in unserer Gruppe. Ah ja, und Unterstützung ist jetzt verfügbar. Das heißt, wir können mal alle unsere Jungs heilen, wenn sie da sind. Einen anderen Heizauber haben wir jetzt für den Anfang nicht. Außer natürlich die Heilungsstufe 1. Also gut, erst mal dieses Lager hier dann umboxen. Na, ein bisschen geil. Ich rieche Blut. Was liegt an? Gut, was sagt die Quest? Hulus ist ein Skerk-Schamanen und Heiler, der Janina von ihrem seltsamen Kleinen kurieren soll. Ihr soll Janina zu seinem Dorf im Osten begleiten. Es sind noch zu viele Kita auf Raubzug. Ja, das sehen wir jetzt da drüben, das Dorf. Oh Gott. Ein Gegnerangriff! Vorsicht, Gegner! Clanbrüder zu mir! Wronenkrieger zu mir! Ein Gegnerangriff! Zu den Waffen! Ja. Entdeckung! Okay, die meisten haben wir weggeprügelt. Clanbrüder zu mir! Da oben sind noch welche. Tod den Feinden! So, und jetzt die Hütten weg, bevor was respawnt. Und Janina kann nicht kämpfen. Das lassen wir mal gelten. Krieg! Bereit! Für den Clan! So, damit sind wir schon mal die Kita los. Verstärkte Wildleder-Wams und einfache Bahnen. Soweit ich weiß, ein Wildleder-Wams tragen wir schon. Verstärkten, ja. Und selber wird der also nicht so viel bringen. Was liegt an? Ich rieche Blut! So, das heißt, wir haben nur noch die Möglichkeit, hier durchzumarschieren. Ja, Sandra haben wir jetzt schon erkundet und sogar den Drachen getötet. Das hätte noch warten können. Aber gut. Was liegt an? Oh, hier ist auch gleich wieder ein... Oh Gott, ist das ein großes Kita-Lager. Und da ist auch noch gleich wieder eins. Ein Gegenangriff! Oh, das ist das. Das sieht nicht schön aus. Das, das sieht ganz und gar nicht schön aus. Äh, nein. Tot den Feinden! Das ist jetzt zwar auch nur Level 1 hauptsächlich, aber trotzdem... Was liegt an? Könnte das unschön werden. Könnte das eine Kastung von den Tunden? Was liegt an? Das ist ein gutes Grundgerät. Was liegt an? Was liegt an? Was liegt an? Das ist ein Hinterhalt zu den Waffen. Auf meinen Befehl. Gut. Für den Clan. Ohne Verluste. Das ist... Würde ich sagen. Bereit. Ich rieche Blut. Mir sieht es mit dem Helm aus. Leichte Kriegskunst, okay. Sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir das Lager noch kaputt kriegen hier. Ein Gegnerangriff! Dann alte Männer! Clanbrüder zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Ich rieche Blut! Elfen gewandt, ein paar andere Sachen. Da oben haben wir noch mal ein Ork-Monument. Clanbrüder zu mir! Und haben beide einen Fünfer erreicht sogar. Okay, hier ist ein Steintür im Weg. Und das heißt, es bleibt eigentlich nur noch der Weg geradeaus hier. Mit unserer kleinen Ork-Armee. Krächer und Spinnen und... So wie es aussieht der Weg nach hier oben. Ich würde sagen, erstmal das Kita-Dorf hier oben machen. Bevor wir uns... Oh, da ist auch nochmal Kita. Stand halten, Männer! Na, weil gut, das Lager der Kita da oben ist recht klein. Da sollten wir ziemlich gut... Das sollten wir ziemlich schnell noch wegkriegen. Das da hingegen sieht sehr gut verteidigt und bewacht aus. Oh, Schwäche ist auf uns gewirkt. War auch nicht so schön. Stand halten, Männer! Was liegt an? Was liegt an? Stand halten, Männer! Also, ja, weg mit dem Lager hier oben. Noch schnell. Da. 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 Okay, da lag noch... Oh, hier ist ein bisschen linie, auch sehr schön. So, dann würde ich sagen, begeben wir uns erstmal hierhin zurück. Ja, jetzt läuft es langsam etwas besser wieder, jetzt wo wir Level-Ups hatten. Und demnächst unseren fünften, oder vierten besser gesagt. Wobei, ich bin gerade noch neugierig. Ob in der Kiste Zeug drin ist? Nein. Also ja, es ist Zeug drin, aber nicht das, was wirklich wichtig für uns ist. Das wird wahrscheinlich hier bei Hulu in der Kiste sein. Also ja, ich würde sagen, an der Stelle das Let's Play überschreiben. Und dann gibt es jetzt erstmal den ersten Cut hier. Also, bis gleich. Bei Breath of Winter. Ja, das ist doch... ...